Der Flügeltüren Stahlschrank aus der Serie Universalschränke ist ein hochwertiges und langlebiges Qualitätsprodukt mit einer Garantie von 5 Jahren. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Stahlschränken in verschiedenen Breiten, Höhen und Tiefen. Der Schrankkorpus ist aus hochwertigem Qualitätsfeinstahlblech gefertigt und komplett verschweißt. Die Schranktüren können bis zu 180 Grad geöffnet werden. Das ist ein großer Vorteil, besonders in engen Räumen, denn die offenen Schranktüren versperren so keine Durchgänge. Außerdem sind sie innen mit einer extra Türverstärkung versehen. Durch kleine Gummiknopfdämpfer an den Türblättern oben und unten schließen die Türen praktisch geräuschlos. Das hochwertige Drehriegel Stangenschloss ist nummeriert und wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Bei Schlüsselverlust oder bei Bedarf weiterer Schlüssel können diese jederzeit unter Angabe der Nummer auf dem Schloss nachbestellt werden. Steht der Schrank auf unebenem Boden? Kein Problem! Wir liefern Ihnen gratis zu jedem Schrank einen Kunststoffkeil mit. Damit können Sie Bodenunebenheiten problemlos ausgleichen. Auch im Innenraum des Schrankes wurde auf weitere Details geachtet. Zum Einhängen der Fachböden dienen Fachbodenträger. Im Abstand von 35 Millimetern können die Fachböden ganz leicht eingehängt werden. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, separate Schubladenboxen als Ordnungshelfer für Ihre Inneneinrichtung zu kaufen. Haben Sie noch Fragen? Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie jederzeit gerne.